Was ist das erste woran du dich erinnerst? Feuer. Wie heißt du? Kristen. Willkommen auf der Station. Dein neuen Zuhause. Warum bin ich hier? Du bringst sie nicht dazu, dir irgendwas zu sagen. Manchmal kommen Leute, die sie wegbringen, nicht wieder. An deiner Stelle würde ich mich in Acht nehmen. Hier gibt's einen Geist. Offenbar glaubst du, dass du das gesehen hast. Ich bin nicht verrückt. Sie ist die letzte, die rausgekommen ist. Sie war eine von uns, aber ist jetzt weg. Und jetzt wird sie uns alle umbringen. Du musst damit fertig werden. Wir müssen hier verschwinden. In die Zwangsjacke mit ihr. Nein! 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 Das war doch gar nicht so schlimm. Nein! 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 Ja! Es ist wirklich ziemlich gruselig da drin. Terror. Demütigung. Und vielleicht sogar Mord. Wir sind wohl die einzigen Gäste. Werden als Unterhaltung geboten. Lassen wir das Spiel beginnen. Hat es nicht längst begonnen? Ja! Wir sind hier plötzlich alle taub geworden. Wird es nicht langsam Zeit für die Partygeschenke? Für jeden eine ist ja zum Schießen der Einfall. Wo seid ihr? Das Haus ist lebendig. Es lässt uns hier nicht mehr raus. Kapiert das endlich! Es waren noch keine Geister, verdammt nochmal! Guckt auf, ich drehe euch an! Error. Demütigung. Vielleicht sogar Mord. Als ich aufwachte, war ich voller Blut. Das war Blackburn. Ich weiß, wie wir hier rauskommen! Wie? Lassen wir hier raus! Oh Gott! Aber nicht! Jetzt wird es wirklich gruselig. Wir beide blassen! Vorher ist viel vergnügen, da ist sehr gruselig. Was ist das das Haus, wo diese Leute gestorben sind? Meine Schwester war eine derarseigen, die hier leben. Du sagst, So they say that the souls of the people who died here still aren't a house. What the hell is wrong with you people? There's no such thing as ghosts. The house is going into lockdown. It was home... ...to some of the most horrific events... ...ever committed. Returning there... ...will be more terrifying... My sister is telling the truth about this mess. ...than anything you can imagine. It's true. The house is... This is where it gets ugly. Go further into the nightmare on high definition... We're not alone in this house. ...where you choose how much horror you can take... Who the hell are you? ...by answering questions that pop up on screen. Oh! With 96 frightening possibilities... ...their fate is in your hands. Desma, come in. Where are you? I know how to make it stop. A unique experience you won't get in theaters. Exclusively on HD DVD and Blu-ray disc. The house is going to do everything in its power to stop us. You decide who lives, or how they die. No! No! Return to House on Haunted Hill. Unrated and uncut on DVD and high definition. Action! Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grave Encounters. Psychiatrische Kliniken wurden als eine Art Verfahrenstalt für peinliche Familienmitglieder angesehen und nicht als ein Ort, an dem ihnen tatsächlich geholfen werden sollte. Viele von denen waren sehr, sehr gestört. Es war wirklich furchterregend. Ich schwöre bei Gott, dass ich da am Ende dieses Flures eine Gestalt gesehen habe. Er hat geschworen, dass ihn etwas von der Leiter geschubst hat. Also, sehen Sie dieses Fenster hier? Ich mache das abends immer fest zu. Aber wenn ich morgens komme, dann steht das Ding manchmal weit offen. Heute Nacht werden meine Crew und ich mit Hilfe unserer hochentwickelten Geisterausrüstung unumstößliche Beweise sammeln für die Präsenz von Geistern, die zu Lebzeiten schwer gestört waren und es nach ihrem Tod womöglich auch noch sind. Ist in diesem Moment jemand bei uns? Fuck, was war das? Hier ist irgendwas eigenartig. Habt ihr das gesehen? DC, läuft die Kamera? Ja. Ich will das hier alles dokumentieren, denn wenn wir wieder raus sind, müssen die Leute es erfahren. Matt und Houston sind weg. Wir drei sollten unsere Kraft darauf verbinden, sie wieder zu finden. Und wo kommt das? Was? Das war's da drüben, meines Rats. Wo steckst du? Hey. Hey. Wer sind Sie? Was machen Sie hier drin? Was geht hier ab? Was passiert hier eigentlich? Hast du das gehört? Ja. Die nächste Woche, ich sag mal, ist Grave Encounters. Grave Encounters? Grave Encounters. Ich dachte, es war eine der besten Spore Filme der Jahre. Do yourself a favor, watch it. Oh my God! Roll on this. I think this is it. Let's go check it out. Yeah, I'm still rolling. Turn the camera off. We'll leave. You're gonna have to give me the tape. Give me the tape! They're trying to hide something they don't want people to know about. Tonight, you're gonna find out what that is. It's just like the movie. This place is creepy. Are there any spirits with us right now? Speak freely! Are you guys okay? Yeah. We came here looking for proof the Grave Encounters was real. I didn't know any of this was gonna happen. Where are you, you guys? I didn't want to go alone. Stop filming me! What is wrong with you? We're never gonna get out of this building. We're back from an extended commercial break. The rest of the cast is no longer with us. We're back from an extended commercial break.